Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Dieses Mal ist es ausnahmsweise nicht Sängerin Sarah Lombardier, die für süße Liebesnews sorgt. Es ist ihre Mama Sonja, die mit einem neuen Mann an ihrer Seite und einer neuen Frisur überrascht. Sängerin Sarah Lombardier, 27, hat mit ihrem Ex-Pietro Lombardier, 27, einige Jahre eine sehr öffentliche Beziehung geführt. In Konsequenz schlug dann die Trennung der beiden, die sich bei DSDS kennen und lieben lernten, natürlich auch in der Öffentlichkeit große Wellen. Während dieser schweren Zeit stand Sarah Mama Sonja ihr immer unterstützend zur Seite. Wie schwer die Phase für Sarah war, konnte ihre Mutter sicherlich nur zu gut nachvollziehen. Denn auch sie und Sarahs Papa trennten sich nach langer gemeinsamer Zeit. Seitdem schien es keinen Mann an ihrer Seite gegeben zu haben. Doch dies hat sich nun allem anscheinend nach geändert. Auf Instagram teilt Sonja eine Reihe an Bildern, die sie glücklich strahlend und angeschminkt an einen Mann zeigen. Dazu postet sie vielsagend Reihertchen. Neuer Mann, neues Glück und auch eine neue Frisur. Lasst euch die Aufnahmen nicht entgehen und schaut oben. Danke, schönen Tag noch.